Warte, soll ich die mal küssen im Rausch? Ja, küsst sie Ey nein, du weißt nicht was du tust unter Drogen Weißt nicht was du tust Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur Minecraft Drogenrunde Ja, heute mit dabei zwei Junkies, Let's Tuddle und Revenside Wir haben alle Mev genommen Ganz klar LSD Ja, LSD aber ich hab noch Mev dazu reingeschmissen Weil ich hab mir gedacht, ich muss mein Pfeibchen noch Ich hab dir auch gesagt, er soll sich übertreiben Ja, aber es ging gar nicht anders Er hat so Mev reingeschmissen Ich hab einfach Ref Das ist eine Challenge von Nodop Kurz vorab Das ist die Nodop Challenge, man muss Drogen nehmen Nein, nein, die Challenge von Nodop ist mit den Super Secret Settings Hier Optionen, Super Secret Settings So lang klicken bis und das hier kommt das Bunte Und damit ist so weit wir die Runde spielen Hat gestern glaube ich, oder vorgestern das hochgeladen Hat gesagt, ja, ich würd's gerne dazu bringen, die Challenge auszumachen Ich hab gesagt, ja, mach ich gerne Und los geht's Nochmal kurz zur Info vorab Wir sind natürlich alle keine Drogen verherrlichenden Menschen Finger weg von den Drogen Ja, gut Aber in dieser Runde werden wir so spielen, als hätten wir halt Drogen genommen Ich hab einen Ja, ja gut Hier sind Fledermäuse, überall sind Fledermäuse Oh, oh nein Oh, ich hab nen Kuchen Ich krieg nen Fresskick Ich werd geboxt Ich werd geboxt von einem Dreh ich um und box ihn Dreh ich um und box ihn Dreh ich um und box ihn Ja, ja Nein, nein Nein, nein Ja, er rennt weg Jetzt bist du dran Er rennt weg, er rennt weg Ich bin voll auf dem Trip grad, Mann Ja, ich bin auch auf dem Trip Alter, ich hab ja was Ich hab ja was Es ist nass Komplett nass geschwitzt Alter Taddel, hol sie ihn dir Ja, ich Ja, ha, ha, ha Butz, Alter Voll auf die Nase Ey, das haben wir richtig Das haben wir richtig geil gemacht, ne Oh, das war ne gute Das wär jetzt sogar ne Da kommt noch einer, da kommt noch einer Oh, oh, oh Brr, brr, brr Brr Oh, noch einer Oh, Taddel Ja Boah, wir haben so nen Traum gerade Wir töten Menschen, ey Boah Trip, Menschen töten Ist das beste, was man machen kann Ohne Witz Kannst du dich irgendwie boosten? Äh, ja, aber ne Ich dropp ne Angel, ich dropp ne Angel Brr, ich hab sie Booste, booste, booste Angel Call Angel Call Skrrr Das ist noch eine Achtung Ja, ja, wir holen uns aber erstmal den hier Boah, Junge Alter Was sind das für Farben? Boah, ich komm nicht klar Revy, wo bist du? Bist du in dein Drogenloch gegangen? Ich glaub, ich sitz immer noch am Spawn Aber ich denke, alles bewegt sich Das ist noch einer, das ist noch einer Ja Das allerschlimmste ist Wasser Alter Ich seh nix, ich seh nix Tadde Ja, ich komme Nicht im Ernst Ich bin gestorben Was? Ich hab gar nicht mitbekommen, dass du gestorben bist Weil alle gleich aussehen Ist nicht so schlimm Hä? Gehen wir dann an die Runde? Warte Oh nein Die Runde ist so cool angefangen Ja, wir werden auch jede Runde nehmen, bis wir es für einmal schaffen Mit der Drogenrunde Ich konnte überhaupt nicht erkennen, wer es war und was der so hatte Ja, ich hab auch nicht erkannt Hilfe! Da ist eine Hexe Oh, 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 jetzt werden alle geboxt Kreuz und Pferd geboxt Hauptsache, du hast mit jemand anderes Team gemacht, du kleiner Hund Jetzt tötet er ihn Hä? War das? Ich erkenne ihn überhaupt nicht, war das ein Teampartner? Nein, nein Das war deine Mama Oh Gott, wie gesagt Oh Junge, Alter Ich würde einfach sagen, Mission One Ja, ich komm nicht klar, ich hab einen Anfall Mann, das ist richtig gut Ja, Mission One failed Ab zur zweiten Runde So, da sind wir in der zweiten Runde Und jetzt sind wir in Survival 6 gelandet Und die Mauern, ich fühl mich wie eingeschlossen Ich hab richtige Angst zuständig, hör's dir Scheiße, 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 scheiße Nein! Alles von mir gesch- Holzschwert Tate, du hast schon wieder das Schwert veranfangen Ich weiß nicht, wer wer ist Ich bin immer der, der an dir dranhängt Du bist Heisenberg, ne? Heisenberg 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 Was machen wir hier? Lass uns mal irgendwo hinlaufen Ja, hier ist einer, der stirbt jetzt Oh ja, gut gemacht Er hat einen Eisen, ich brauch einen Eisen Hast du noch einen Stick? Das war Gold, der hat Gold gedroppt Du hast dich versägt Oh, ich muss mir auch eben noch einen Pilz reinziehen Nein, weg hier Der mit dem Schwert, ich boxe ihn Ja, ich hab dir tot geboxt, der Faust Ja! Alter! Die Drogen geben mir uner- Oh, ich hab noch einen mit der Faust geboxt Hä? Die geben mir unmenschliche Kräfte Die Drogen machen mich reich Ja, du bist Heisenberg Ja, du bist Heisenberg Ich bin Heisenberg Hey! Nein, ich hör, ganz normal Taddle? Ja, bei mir ist alle Hier ist nichts geändert Du bist, also Revi ist extrem laut Du bist extrem leise Gerade Und du hast Drogen genommen, glaub ich Ich glaub, das liegt auch an den Drogen Aber mein eines Ohr funktioniert nicht mehr richtig Oh Gott Ja, einfach mein Ausfall Du bist einfach taub Jetzt geht's wieder langsam Scheiß Crystal Meth Scheiß, ey Oh, hier sind jetzt Mushrooms, Jungs Hier unten welche Mushrooms Oh, Mushrooms, oh ja Ich bin auch No, hier ist an der Kiste vorbeigelaufen Und in der Kiste sind zwei Steinschwerter drin gewesen Weil hier ist ein Magic Mushrooms Gib mir ein Steinschwert Ich mach erstmal eine Suppe aus den Pilzen Moment Ich ist ekelhaft, Alter Suppe, Alter, du glaubst nicht, was ich da draus jetzt mach Ja, ja, die Suppe ist natürlich auch nur ein Synonym Du weißt schon Ich hab mir die richtig reingepfiffen Ah, ob's räh Lass mich nicht alleine Irgendwie check ich dir sonst nix Baby, warte Ich lauf durch eine Höhle Bist doch du, Revi, oder? Was? Ah, ja Ist das du? Oder ist das ein Engel? Ist das eine Furke? Hey, Leute, Leute Leute, ich komm zu euch Was geht bei euch? Ja, hallo Ja, ich bin erst gesetzt Oh, die leuchten so schön Guck mal die Fackeln an, Alter 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 Ich glaub, wenn ich heute keine Mütze an hätte, sondern mein Haarband Guck mal was Wasser Alter Guck mal was Wasser Alter Wir seht nichts mehr Alter, wir sind in der Lustgrotte Hier ist alles drunter einfach nur dunkel Habe ich eigentlich Helligkeit auf hell? Warte mal ganz kurz Option Äh, Grafikstelle und Helligkeit auf hell Ja Ähm Boah, das Das Meer Oh, jetzt mit dem vielen Wasser, Alter Das fickt mein Kopf Alter, das ist wie Disco Das Feuer, Alter Disco-Kacken 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 Sondern mein Haarband und die Dreadlocks rausgucken würden Würden die Leute echt denken, ich wär Drogenabhängig Alter Da rennt einer Kann mich mal jemand boosten? Ich seh dich nicht Oh ja, der Bruch sieht auch richtig gruselig aus, ey Oh, Gott Den rauch ich gleich, Alter Der hat Eisen gedroppt Aber nicht mit mir Ich hab einen Eisen Das ist noch einer, das ist noch einer Oh, das sind drei Ne, das sind Schwerter alles Der hat ne, Schwert und Leuchten Nein, ich opfere mich Nein, 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 er ist tot, er ist tot Weg da Haut ab, haut ab Ich hab ihn getötet Ich bin der PvP, Alter Ich hab's dir, Schwert Das leuchtet, das leuchtet Das dir Schwer leuchtet Hier Alter Ich hab nen Fresskick Ich hab nen Fresskick Da kommt einer, da kommt einer Helft mir, ich bin fast tot Der hat mir was gegeben Der ist, der ist chillig Der hat mir einen Eisenbruchpanzer gegeben Komm, die töten mir Warte mal kurz Das ist ein Mädchen Lass ihn mal mitnehmen Bist du ein Mädchen? Wir, but I love you Nicht Hey Oh Oh Ich brauch was zu essen Komm mit uns, Hyperminer Äh, follow Ja Komm mit Ich hab ja noch gar nichts, Alter Wir Wissen Nicht Wohin Sag du mal, Taddel, hier Rüstung Baby, hast du nen Stock? Ja Nein Habt ihr noch nen Helm für mich? Äh, ich hab Schuhe Taddel, hier Ne goldene Rüstung Äh, goldene Ritter Taddel ist der Disco-Ritter Ja hier, du hast äh Du kriegst auch Das Mädel kriegt noch Schuhe, Hose Hast du zwei Eisen oder eins? Eins Achso, ja warte, du was Ja, ich geb dir gleich das Schwert Till Was ist das? Boah, mein Schwert leuchtet so schön Mein Schwert leuchtet so schön Warte, soll ich die mal küssen im Rausch? Ja, küsse die Ey nein, du weißt nicht was du tust, du unter Drogen Weißt du was du tust? Es ist wieder ein Wobbel! Lauf, hier, da vorne Krach Der schreibt Hacker Ja, Hacker stimmten Ich hab Kohl Ich hab mir Weed Cookies gegessen Bird Call Hacker, ja Er hat einen, er hat einen Bogen Ja, pass doch auf, Revi, ich seh nur ne Nudel und dich Er schießt und er trifft Pass auf, Revi, pass auf Ich muss mir doch ein bisschen Pilze rein pfeifen Das ist ne Kiste Ich hol jetzt Pfeile von dem Ich heb jetzt hier die Pfeile auf Und dann schieße ich's zurück Das ist der Plan Ich hab jetzt drei Pfeile Und das wird nicht gut enden Ja, du hast doch keine Ahnung wer wer ist Ne, doch nicht Ich glaub Supermann hat 66 Ja, 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 er ist in der Falle Skrrp Ja, er ist im Wasser? Nein Ich hab ihn geboxt mit meinem Bogen, yeah Oh, oh, er, was macht er da? Er ist ein Gespenst Er ist ein Gespenst Nicht, nicht anfassen, er ist ein Gespenst Ne, nicht anfassen, geht weg Oh, du hast nicht geboxt, Revi Okay, er ist ein Gespenst Oh Was? Hä? Ha, hab ich Hab ich ihn Ich hab einen Geist gesehen, Freunde Das Mädchen hat alles bekommen Ne, ich hab alles bekommen Ich glaube aber, das ist ein Junge Mit einem Mädchenskin Weil welches Mädchen Welches Mädchen nennt sich Hyperminer 66 Und warum 66? Ist sie vom Jahrgang 9 zu 66? Ist es unsere Mutter? Wir sind einfach in der Zeit zurückgereist auf unserem Bogen-Trip 7 Und heute Ich glaube, das ist überhaupt gar kein echter Mensch Mama Klopp, klopp Ich bin ein Pirat Ja Ich möchte mich irgendwie anzünden Hab ich sowas Oh, er rennt alles richtig schön bunt Jaa Ab ins Wasser Hui Ich zünde mich auch an jetzt, Alter Das ist geil Dann hat man ja voll den Disco-Trip Ja, richtig Disco Huuuuch Ich Lass uns mal, äh Lass uns mal Ist das ein Stopp? Es brennt grad nach, Alter Es brennt grad nach Äh Ah, Hilfe! Ah Lass uns mal nach oben jetzt gehen Kommt Ich dachte, ich wäre ein Gespenst gewesen Ich bockst jemand Ich bockst jemand Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir zum Refill? Oh, ist das eine verrückte Runde, Mann Refill, refill, refill Ich jetzt schon wieder Haschkekse Ich schmeiß mir die ganze Zeit diese Güsamöhren Die ballern richtig Boah Boah, guck mal, Simon Guck mal da hinten auf die Wand mit den Pilzen Ja, ja, ja Das ist richtig krass Das ist richtig der übelste Abbruchstrip Alter Alter Alter, was ist da los? Ich finde das superschön Hohoho Ich könnte mir jetzt eigentlich vorstellen, dass das normal für mich ist Ja, weil man sich daran gewöhnt Irgendwann hat man Schlagkante gefallen Ich denke echt, wenn ein Epileptiker das hier spielt, dann das ist nicht gut Oh Gott, ey, ich krieg auch echt Kopfschmerzen Voll viele epileptische Zuschauer Und dann sterben die einfach alle Steh das mal vor Aber so Hey, wo seht ihr? Wo seht ihr? Ich bin hochgegangen Wir sind gleich in der Mitte Ich hab nen Schankfehler Hä? Es ist doch heftiger als Hä? Hier sind Überlöcher im Boden Was? Aber wenn du so visuelle Epilepsie hast, dann musst das doch richtig schnell flackern, oder nicht? Ja, ja Da hat das ja gar nicht mit den Farben selber zu tun, oder doch? Nee, zeig Da, ich bin in der Mitte Ist da jemand? Ich seh keinen Doch, da ist jemand Da ist jemand Tatsächlich, ja Er sieht mein Diamantschwert Der steht da Der hat eine Angel Pass auf Ist nicht so schlimm Er kriegt von mir nen Schuss Die Goldenen Die Drogenrunde Wie er denkt, er dreht sich um und schießt, aber er trifft Er wollte einen 360 machen Ah ne, 180 360 no scope Lauf Tuddel, Lauf Tuddel, Lauf Tuddel Ich lauf so schnell ich kann, man Hier irgendwo ist ne Treppe, ne? Die geht nach oben Die hab ich noch nie benutzt Oh ja Einen Treppe? Ne, eine Leiter, eine Leiter Ach so Boah, das Wasser sieht so gruselig aus, ne? Und du willst, wo führt diese Leiter hin, man? Ja, nach oben auf die Mauer Ja, richtig krass Ich glaube, die führt ins Paradies Boah, gut gemacht Boost mich Ich kann gleich nicht mehr rennen Ah Gut gemacht Ich hab Hunger Hast du ne Angel? Ne Ich hab eine Er kommt wieder zurück zur Mitte, Revi Geht zur Mitte und beschützt die Mitte Andersrum? Ja Geht zur Mitte, er ist fast bei der Mitte jetzt Ich geh jetzt komplett außenrum, du weißt, dass ich länger brauche als dir Also ja, dann geht die Leiter hoch und dann geht die Mauer hoch Da ist ein Arm kuchen, ja blablabla Blablabla Nicht, Team, Team, Team Richtig, ich stirb ich jetzt, oder? Da ist schon wieder das Gespenst, dieses Hyperminer Boah, ich höre hier Spuks, Alter Boah, jetzt wird doch noch dunkel Und alles leuchtet Wie die Melonen ausrasten Oh, der Himmel Die Blume greife ich an, die greife ich an Oh, ich hab nen Drogentrip Oh Mann, Taddel, jetzt lass die nicht mehr kommen Ja, er ist tot Boah, er hat nen Kuchen gesetzt Das war richtig schlecht von ihm Hast du ne geilere Hose für mich? Äh, ne, ja, Kettenhose hab ich hier Wie viel haben wir noch, wie viel Zeit? Okay, ist gleich Ist gleich soweit Komm jetzt in die Metze Holter Ich hab solche Angst Guck mal, ich bin ja schon normalerweise behindert, aber das Kann einer von euch mir noch ein paar Pfeile geben? Ja, ich hab noch ein paar Pfeile Guck mal Das hier ist Ein Pärchen Also ein Paar Ja Boah, ich mach jetzt ja auch Ich balanciere hier rüber Sie ist schon wieder ausgezogen Sie will nur zeigen, dass sie sexy ist Hast du meine Skins gesehen? Meine Skills gesehen? Guck mal, ich balanciere hier jetzt rüber Nein! 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 Die Drogen, die Drogen waren das, ne? Fick mein Leben! Nöööööö! Tadel kriegt da noch meine Punkte! Und jetzt.. Jetzt fängt das Deathmatch an, vorm Refill Ja, richtig gut Dann ist ja endlich Ende Mit diesem ganzen with diesem ganzen koronatrip Nein! Richtig gut Leni Hat einer noch Essen für euch, damit ich äh f-, für mich Ich muss das Ja ja Apfel Ich muss den Scheiß verlaassen Sieht grad aus wie ein goldener Apfel Nei Warum machst du du zu ner so ownedenscheiße? Ich Schnitzel Ich Schnitzel Siehst du ein L-Lichter? Der Fisch ist auf einmal bei mir im Default und nicht Zwecks. Hä? Konntest du Zwecks nehmen? Weil ich hatte da so ein dickes Kästchen im Bild. Bei mir geht's. Bei mir hat Zwecks nicht geklappt. Oh, das war wieder so behindert. Das war wieder so typisch. Das war typisch von dir, ne? Ja, aber richtig. Boah, ich komm mich auf mein Leben klar. Es ist dunkel und es leuchtet einfach alles. Ne, also nach... Ich hab gerade, dass ich auf überhaupt nicht erkennen. In der Ferne ist da jemand oder nicht. Da, es geht los. Oh Gott. Oh, ich will Lava sehen. Ich muss mir die Lava angucken. Guck sie dir an. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt wer ist. Oh, oh, oh. Tadl, einfach richtig besoffen mit dem Bogen irgendwo hinschießen. Ich will mir die Lava angucken. Guck sie dir an. Oh, oh. Das ist geil. Ich will ja drin baden. Was bist du für ein Hund, Alter. Wow, wow. So ein Hund bin ich. Grün, das tut richtig in den Augen weh. Aber Lava ist superschön. Das war's mit der Drohungrunde, Leute. Ich würde sagen, wenn ihr noch eine lustige Challenge habt, also das war jetzt von Nordop, Nordop ist in der Videobeschreibung verlinkt. Er hat es auch so eine Runde gemacht. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Boah, ich hab so Kopfschmerzen. Könnt ihr gerne eine Wette unterlassen. Rewi und Tadl sind natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau. Wiedersehen, Freunde.